Osiris Die APEC ist die größte und einflussreichste pro-israelische Lobby der Welt. Sie hat ihren Sitz in New York und gilt als rechtsorientiert, extrem israelfreundlich und unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt. Ihre Mission, so ist auf ihrer Homepage zu lesen, besteht darin, das Verhältnis zwischen den USA und Israel zu stärken und zu schützen, sodass die Sicherheit der Vereinigten Staaten und Israels gewährleistet ist. Sie beeinflusst insbesondere die amerikanische Regierung und hat beste Beziehungen zur Finanzwelt. Über Osiris hingegen war nicht viel bekannt. Die Organisation arbeitete verdeckt. Man konnte vielleicht sagen, dass sie eine Art Parallelorganisation zur APEC war, mit dem kleinen Unterschied, dass sie sich lediglich um ihre eigenen Interessen kümmerte. Es ging ihr nicht um die Interessen der USA oder Israels oder sonst irgendeines Staates, einer Organisation und schon gar nicht einer Einzelperson. Es ging ihr allein um sich selbst. Man vermutete, dass Osiris aus lediglich sieben, manche glaubten zwölf bis vielleicht zwanzig der einflussreichsten Menschen der ganzen Welt bestand. Einfluss bedeutete dabei nicht unbedingt Reichtum. Reichtum wurde von Osiris gemacht oder genommen, je nachdem, was Osiris nützte. In den Kreis der Erlauchten zu kommen war nur möglich, wenn man von dort angefragt wurde und bestimmte Voraussetzungen mitbrachte. Eine Bewerbung war nicht möglich. Bei wem auch? Die Teilnehmer selbst suchten sich die neuen Mitglieder aus. Sie selbst stammten zumeist aus sehr alten Familiendynastien, die in vielen Jahrhunderten alten Netzwerken organisiert waren und alten Blutlinien folgten. Eine Mitgliedschaft war lebenslang und endete erst mit dem Tod. Einen Aufnahmeritus, wie dies bei niedrigeren Zirkeln üblich war, gab es nicht. Man fragte ohnehin nur die an, von denen man bereits wusste, woher sie stammten und wofür sie standen. Wozu dann ein Ritus? Man vermutete, dass die Wurzeln von Osiris zurück bis ins alte Babylon oder ins antike Ägypten reichten und vielleicht noch darüber hinaus. Es hieß, dass Yannes und Jambres, die beiden ägyptischen Magier der Bibel, schon in ihrer Linie standen. Und es sei nicht einmal sicher, ob auch diese nicht nur Mitglieder einer viel älteren Reihe von Lichtträgern waren, die schon vor ihnen eingeweiht wurden. Die Mitglieder von Osiris hatten Zugang zu allem Wissen der Welt. Sie kontrollierten die Finanzmärkte und die Finanzströme. Sie entschieden, ob Krieg oder Frieden sein würde, und das weltweit. Sie versorgten die Banken mit Geld und die Politiker mit Macht. Alles Geld der Banken und aller Einfluss der Politik war nur geliehen. Geliehen von Osiris Geld und Macht stammten von Osiris, und Osiris gab und nahm. Unterhalb von Osiris gab es viele weitere Organisationen und Zirkel, die sich weit in Wirtschaft und Politik verzweigten, aber bei weitem nicht so alt und bei weitem nicht so einflussreich waren. Sie arbeiteten Osiris zu, aber deren Mitglieder kannten immer nur diejenigen Mitglieder, die unterhalb von ihnen selbst angesiedelt waren. Nach oben trennte sie eine unterstringliche Wand der Verschwiegenheit von den wirklichen Zentren der Macht. Und so waren sie alle Sklaven, zu denen die Normalbürger zumeist neidisch aufschauten. Die Banker, die Konzernlenker, die Kaiser und Könige, die Medienmogule, die Staatschefs, die Film- und Fernsehstars, die Sternchen und Topmusiker, die großen und kleinen Politiker. Einer war der Sklave des jeweils nächst Höheren, aber in der Spitze dieser Pyramide, die sich niemand auch nur im Entferntesten vorstellen konnte, die im Nebel der Unkenntnis, der Verschwiegenheit und der Unglaublichkeit verborgen war, fand sich Osiris. Das sind die, die Paulus im Epheserbrief als die Kosmokratoren beschrieben hatte. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Unbekannt, ungenannt, ungeglaubt, unnahbar, unendlich, unsichtbar und doch am Ende der Zeit dem ewigen Gott Abrahams, Israaks und Jakobs, dem Gott unseres Herrn Jesus Christus untergeordnet und schließlich zur Verdammnis bestimmt. Und